die uhr tickt so sind es nur wir zwei ein volles team verlangsamt uns nur befreien wir die gefangenen ok gut hallo meine freunde da sind wir wieder ja ok jetzt muss man ganz kurz lagereinblick machen wir müssen die gefangenen befreien jetzt muss man überlegen wie machen wir das am besten wir haben hier eine rettungskapsel oder gefängnis und hier haben wir ein gefängnis ok ist jetzt die große frage soll man aufteilen wäre das klug aufzuteilen ich glaube wir teilen auf ok wir versuchen es erst mal mit der aufteiltaktik so das heißt die ja erstmal dahin warte auf befehle die frage ist wem geht mir jack mit die erst kann sich zur not immer noch selber retten ok wir haben fähigkeiten einmal wingman und tarnung verbündeter in zehn meter reichweite erhält ein stabel aufgepumpt pro stabel aufgepumpt erhält dass die fünf prozent genauigkeit und 30 prozent schaden das ist gar nicht mal so schlecht und die einheit hält den status effekt verborgen bleibt für den gegner unsichtbar bis sie ok das kennen wir ja schon ja ich glaube ich glaube wir gehen mit retten mit zumindest mit jack können natürlich ist eine absolut bescheuerte taktik sein die hier gerade fahr aber ich will erst mal so ich will es erst mal so versuchen achtung grenadier im anmarsch haltet ihn auf abstand der näscher bedeutet ärger 1000 lieben ok das ist krank das ist krank müssen definitiv erst mal und die erst kann von hier aus nicht schießen oder was auch leck mich doch scheiße gehen wir dahin auch krass ok aufgepasst wenn grenadierer wütend werden scheinen sie keinen schmerz zu spüren kann auch jack jack kann aber auch nicht angreifen gehen wir ihnen mal zwei stapel ok machen wir erstmal so weil jack kann ja erstmal nichts machen ok das heißt wir können mit dios und das werden wir jetzt auch machen wir werden jetzt einfach eiskalt warte mal was hat mir für eine dinge boah wisst ihr was für scheiß drauf ja eine folterkapsel die maden werden heute keine gier sprechen das verspreche ich dir einschüchtern gegner im umkreis von zehn metern kommen aus der deckung hervor stimmt das haben wir ihnen ja gegeben aber wir machen jetzt bei und die große frage sollen wir ihnen da liegen lassen ich habe angst dass er wieder hochgeholt wird ja schade ich habe 50 prozent reichen ein bisschen was wir riskieren sind einfach wir gehen jetzt einfach weiter und mit jack gehen wir auch hier längst weiter mal gucken gute arbeit ich habe natürlich jetzt ein bisschen die angst scheiße ich stehe übel arbeit okay müssen wir müssen das jetzt riskieren wie wie viel prozent sind das hier und so das ist nichts von der heilung her ne egal ich halte die augen offen ich bin wir hätten wir hätten jack alles nachgeladen zu dir schicken müssen das war so dumm von mir egal vielleicht kriegen wir es irgendwie noch gebacken ja rücke vor aber da ist eine kiste ich glaube dir es wird sterben alles klar wir sind dran okay bringt mir nix okay wir müssen die aus heilen definitiv lass dich erstmal heilen bleibe in alarmbereitschaft verstand werden redburn hier hochschieben zweite kapsel in reichweite rettung beginnt okay also die seite kein problem ich überlege gerade ob er jack ne warte mal kann jack eigentlich auch einsammeln ich bin gerade am überlegen ob er jack vielleicht nicht einfach zu dir schicken ich glaube wir versuchen das mal jack wird vielleicht nix mehr aber wir versuchen es jetzt einfach mal ja ich kann jetzt jack wiederbeleben wiederbeleben ideas wird jetzt fallen vergesst den kill timer nicht wir müssen sie alle schnell retten okay ich bin hier ich bin hier hier mal hier hin redburn redburn jack redburn jack redburn das problem ist egal was wir jetzt machen ich weiß nicht ob das war nicht sinnvoll oder ziel in sichtweite schießen natürlich jetzt schießen alle auf die aus ne ja schieß auf jack ist zwar ein bisschen scheiße aber schieß auf jack ist ok kann nicht mit leben ok die haben sich auf jack jetzt erstmal konzentriert ok die haben sich auf jack jetzt erstmal konzentriert ok das ist sehr sehr gut dass sie sich jetzt auf jack konzentriert haben ok kiste einsammeln du oder ich arschloch das nenne ich mal einen fund ja hier hin ok jetzt würde ich trotzdem erstmal jack hier ein bisserl hier hin jagen wollen ok und das lassen wir uns erstmal so vielleicht können wir das noch retten vielleicht können wir das irgendwie noch drehen das sieht gerade gar nicht mal so kacke aus weil die kümmern sich grad und jack gut jack wird jetzt gleich fallen das ist doof aber ist halt so ich bin unterwegs ok nice gute position das heißt werden uns um ihn kümmern erstmal die große frage soll man ihn noch gewähren lassen nee wir töten den keine munition oder wir töten den auch nicht ok ähm ich könnte zur kapsel jetzt schon laufen macht das sinn ich habe irgendwie ähm ein ganz doofes gefühl wenn ich jetzt die kapsel öffne mein gefühl ist nämlich wenn wir jetzt die kapsel öffnen dass wir irgendwas triggern da würde ich jetzt erstmal sagen wir gehen erstmal hier hin wir werden es erstmal kurz so machen ich will erstmal wissen ob irgendwas passiert ok jack retten wir mal ziel in sicht ok der eine hat natürlich jetzt ähm ja der kann natürlich auch jetzt äh hier erstmal schießen oh ja oh ja oh ja oh ja sehr gut sehr sehr gut ok ok die kümmern sich immer noch um jack alles klar los jetzt ja das ist jetzt gerade echt kacke ne na klar kann jack heilen bringt mir das jetzt was ja ich weiß ok 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 dann machen wir das erstmal so ok nachladen alles gut wir haben ja hier noch zeit auf der seite ok jack jack wird jetzt gleich fallen ok ok ich tue jack jetzt einfach erstmal wiederbeleben so und wer da gute arbeit jack ich hoffe die schießen nicht jetzt bei alle auf die aus ey das wäre so scheiße komm ja ok das ist ok geh auf jack erstmal das ist ok auf jack ist ok machen wir uns auf die socken ach der nervt mich hier ne egal ja müssen wir jetzt halt durch ok 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 super so das heißt wir können jetzt hier hin und hier können wir schon mal öffnen laufe los willkommen zurück soldat jetzt nimm eine waffe wir haben noch einen kampf vor uns jetzt ist die große frage ich würde sogar fast schon meinen dass wir jetzt sagen dass wir uns wenn wir ihn hier auch gleich haben dass wir uns hier oben stationieren ich glaube das wäre am sinnvollsten da haben wir den höhen vorteil ja das machen wir ähm ok das heißt hoch waffenexperte meldet sich du hast gerade noch einen punkt ok das ist aber nicht so schlimm verstanden geh erstmal dahin das ist ok das ist ok wir müssen natürlich jetzt können wir eigentlich anfangen den jack auch schon mal hier hoch zu holen ok 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 Und die kommen natürlich jetzt gerade alle auf die Seite. Kein Problem. Okay. So, wir müssen zum Kontrollpunkt. Das kriegen wir ja wohl hin, aber ich würde halt gerne auch noch die 5 Gegner töten wollen. Ich höre zu. Echt schwierig, ne? Warte mal. In Bewegung. Ja, mach es einfach mal. Ich glaube, dass jetzt hier jemand vorbeikommt, aber okay. Was hat er für eine Fähigkeit? Oder das ist gar nicht mal so schlecht. Ein Verbündeter erhält einen Aktionspunkt. Aber wir werden jetzt mal das so machen. Ja, mit Jack können wir langsam schon mal hier hingehen. Boah, ich dachte jetzt, oh ne Scheiß, hier unten sind welche. Okay. Mit Dias mit der Nase. Ähm, werden wir... Hier ist ne Kiste. Unterwegs. Geh einfach zur Kiste. Ich bin hier. Obwohl, wir könnten mit Redburn, warte mal, mit Redburn könnten wir eigentlich langsam schon mal zurücklaufen. Okay, jetzt müssen wir gucken, wie ich nachs Gegner reagieren. Lass ihn mal weg. Dress und stirb. Scheiße, er hat mich gekratzt. Stürb. Locust, versperren uns den Weg raus. Entfernt sie! Zeit, Schädlingsbekämpfer zu spielen. Das ist natürlich jetzt doof. Ups. Okay, warte mal, Jack muss erst mal, Jack muss doch wieder zurück. Okay, schön, dass wir darüber gesprochen haben. Oh, fuck. Ey, okay, damit... Von wie viel wird ein Jack angegriffen? Von eben jetzt erst mal nur okay. Okay. Okay, wir heilen jetzt erst mal. Nein, hier. Startklar. Allemal, wenn wir jetzt mit ihm... Kostet genau zwei hier ein. Okay, dann machen wir das so. So. Ja. Ich könnte natürlich jetzt einen Aktionspunkt geben, ne? Ich könnte natürlich mit der Granate uns jetzt hier in die Luft sprengen. Geht natürlich auch. Achso, sie hat auch nichts. Ey, ne. Willst du mich jetzt gerade verarschen? Ich habe jetzt hier zwei Leute mit einer Stim-Granate. Jetzt wirklich? Oh, nein. Na gut, das will so ein vorher nicht, ne? Nee, wir machen was anderes. Komm, wir haben ja mal da. Wir machen das mal so. Schnell festgelegt. Wie weit kann Redburn eine Granate werfen? Oh, nein. Echt? Nur so? Okay. Scheiße. Ähm. Den brauchen wir definitiv auch hier vorne. Lass mich raten, der hat auch eine normale Granate, ne? Ja, okay, das muss man halt, äh, ja gut, das muss man halt vorher wissen. Okay. Machen wir es mal so. Ich gebe hier drüben Deckung. Ui, es könnte jetzt, ähm, es könnte sehr interessant werden. Oh je, das kriegt man jetzt richtig einfach hin, ne? Alter, hör auf. Gut. Ah, der kommt ein bisschen weiter. Der Schuss ging daneben. Kacklappen, du. Alles klar. Richtig, kacklappen, du. 88% wahrscheinlich. Bisschen du verinnert. Letzter Schuss. Brauche Munition. Nachgeladen. Okay. Na gut. Der Reklare deutlich. Kacklappen, nach Munition. Geht jetzt erstmal nicht anders. Dann lassen wir den, dann lassen wir den, dann lassen wir den Kobi an erstemal. Ah, soll man nachladen oder eine Stimme werfen? Ne, laden nach. Okay. Und das könnte man hier eigentlich jetzt relativ einfach klären, indem wir einfach sagen. Ja, wir nehmen erstmal die drei hier raus. Wir nehmen definitiv die drei raus. Werfen, Granate! Okay. Losliegen. Geben hier in die Richtung Feuerschutz. Oh, so. Na komm, ich bin bereit. Jack schickt mir erstmal hierhin. Dann gibt Jack, oh, wen soll man Wingman geben? Oh, bo-bo-bo-bo. Immerhin Wingman, komm. Okay, 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 okay. Danke für die Unterstützung, Jack. Nachladen. Ne, keine Granate platzieren, Granate werfen. So, sind die auch schon mal raus? Da haben wir nur noch zwei Kriecher auf der Seite. Da haben wir nur noch zwei Kriecher auf der Seite und die werden wir natürlich auch so hinbekommen. So, und damit können wir eigentlich dann fliehen. Aber ich kann mir ganz gut vorstellen. Damit kannst du Leute verletzen. Ich bin so wohl. Ich habe aber das Gefühl, wir müssen extrem schnell jetzt. Okay, machen wir bitte erst Wiederbelebung. Ich habe irgendwie Angst, dass die danach irgendwie so einfach so stirbt. Das muss nicht sein. Wiederbeleben und hier nehmen wir die Kettensäge für. Ich bin beeindruckt. So, und jetzt mit dem Team so schnell wie möglich abhauen. Okay. Und jetzt sollten wir langsam wirklich relativ schnell Richtung Punkt gehen. Warte mal, wir machen das. Ah, fuck, das ist keine Deckung, oder? Dann ist es jetzt hier so. Komm, geh erstmal hier hin. Achso, okay, Sanitäter hier längs. Jaggi, du gehst einfach mal wieder volle Kanne rein, weil mit Jaggi können wir ganz gut die Gegner ablenken. Das ist gar nicht so schlecht. Und, na, wer ist jetzt dran? Achso, er hat immer noch einen Punkt. Nee, mach ich jetzt nicht. Das ist mir zu Whisky. Ich habe irgendwie Angst, dass doch nochmal Gegner kommen. Ah, nee, okay, doch, okay. Wir sind durch. Sehr schön. Dann Attacke. Dann Attacke. Warte auf Befehle. Wetburn ist drin. Sanitäter bereit. Unsere Sanitäterin ist auch gleich drin. Boah, das war, boah, krass, dass wir das, boah, nee. Nee, also, dass wir das wirklich noch hinbekommen, hätte ich never ever mit gerechnet. Muss ich ganz ehrlich sagen, es war natürlich auch, das große Problem war auch, dass wir auf der linken Seite zwei Sanitäter haben. Damit kann man aber halt vorher nicht rechnen. Scheiße. Drück herauf. Ich bin hier. Ah, okay. Das war ein Hodenschuss. Okay. Echt jetzt? Sein Neff findet genau... Warte mal. Jaggy Boy. Okay. Ich hab mal den. Ich hab mal den. Ich hab mal den. Der ist auch tot. Wunderbar, da haben wir das auch schon mal geschafft. So, den machen wir mal tot. Drücke vor auf Position. Okay, wir kriegen natürlich jetzt von hinten extrem viel Druck. Wir müssen jetzt echt gucken, dass wir Dias relativ schnell jetzt hier reinbekommen. Na los, zeig es ihnen! Verstand. Die gute Nachricht, du bist gerettet. Die schlechte, du bist der Letzte von Echo Five. Und jetzt los. Uns liegt eine große Mission. Und noch viel Rekrutierungsarbeit. Okay. Krass, wir haben es geschafft. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab da mit 0,00% gerechnet, dass wir das irgendwie noch hinbekommen. Aber irgendwie haben wir es hinbekommen. Und ja, damit bedanke ich mich bei euch. Wir sehen uns definitiv, dativ, akkusativ in der nächsten Folge. Bis dahin, haut rein und tschüss.